Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Langen, aus unserem Training Center. Das kennt ihr mittlerweile. Recht herzlichen Dank für die tollen Kommentare und auch für die Anregungen. Und wir sehen, dass unsere Filme wirklich eine gute Quote haben und auch für den einen oder anderen sehr, sehr interessant sind. Heutiges Thema, Zwei-Massen-Schwungrad. Kommt bei uns in der Hotline immer wieder vor. Zwei-Massen-Schwungrad erneuert, Geräusche im Nachgang. So etwas haben wir oft am Telefon. Und da muss man auch ganz klar sagen, das liegt nicht an dem Zwei-Massen-Schwungrad, sondern die Problematik ist im Großen und Ganzen woanders zu suchen. Und wie, möchte ich euch einmal erzählen. Wie wir für alles haben wir auch hier von der Luke ein Spezialwerkzeug, wo wir in der Lage sind, einen Zwei-Massen-Schwungrad mit zu überprüfen. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll's. Wenn ich heutzutage eine Kupplung erneuere, man spricht bei 100.000 Kilometern von ca. 1,5 Millionen Kupplungsbetätigungen im Mix. Das heißt Stadt, Land, Straße, Autobahn. Und wenn man so eine Kupplung heutzutage erneuert, sprechen wir von 200.000 Kilometern, sprich 3 Millionen Kupplungsbetätigungen. Und wir haben ja hier nichts anderes in so einem Zwei-Massen-Schwungrad wie einen Dämpfer. Und da möchte ich einmal so ein Beispiel nennen. Und zwar, wenn ich das mal vom Stoßdämpfer ableite. Wenn ich jetzt einen Stoßdämpfer mit Straßenzulassung habe, oder ein Fahrzeug mit Straßenzulassung und fahre brutal durch Schlaglöcher. Dann sagt der Stoßdämpfer, irgendwann am Ende des Tages habe ich keine Lust mehr zu und geht kaputt. Und so ist es natürlich auch hier. Weil so ein Zwei-Massen-Schwungrad, dieser Dämpfer, der dämpft die Drehungleichförmigkeit des Motors. Und ihr wisst, es gibt viele, viele Ursachen, die die Drehungleichförmigkeit beeinflussen können. Zündaussetzer, sei es Spiel im Getriebe und so weiter und so fort, die das natürlich negativ beeinflussen. Auch Ship-Tuning, das geht zwar schnell nach vorne, beeinflusst aber die Lebensdauer eines Zwei-Massen-Schwungrads. Weil dieses Zwei-Massen-Schwungrad ist grundsätzlich auf den jeweiligen Motor abgestimmt. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück und sagen, ja, alles klar, ich habe meinem Kunden einen neuen Kupplungssatz eingebaut. Und der Kunde kommt mit einem Problem, sei es Getriebe oder sonstiges, vielleicht der Motor kaputt. Und ich muss jetzt sagen, beurteilen kann ich das hier nochmal verbauen. So, und da gibt es für uns immer eine ganz klare Aussage, Spezialwerkzeug, sach- und fachgerechte Prüfung. Es ist aber oftmals so, das Werkzeug hat nicht jeder. Und deswegen möchte ich euch einmal für euch in der Werkstatt zeigen, wie kann ich da ganz schnell mal eine Aussage treffen. Und zwar, wenn ich jetzt hier beigehe und drehe, einfach nur normale Schrauben hier rein. Jetzt nehme ich natürlich hier in dem Fall unsere Adapter, die wir in unserem Spezialwerkzeug haben. Ich würde jetzt natürlich auch aus dem Spezialwerkzeug dieses Flacheisen nehmen mit dieser Winkelscheibe. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Flacheisen nehmen würdet, würdet das kurz anbohren, setzt das hier drauf. Dann habt ihr nämlich genau den gleichen Hebel. Und jetzt gilt es hier eine Überprüfung zu machen. Und ich werde euch gleich mal zeigen, auf unserem Rep-Experten, da haben wir genau die Daten des Zwei-Massen-Schwunggrads hinterlegt. Und zwar auch in Zähne-Zahlen. Wir haben einmal die Winkelgrade und einmal die Zähne-Zahlen hinterlegt. Wenn ich jetzt hier so einen Hebel drauf habe, dann gehe ich einmal ins Federpaket rein, lasse den los, mache mir dementsprechend eine Markierung, gehe dann in die andere Seite rein, mache auch hier mir meine Markierung. Und dann kann ich die Zähne-Zahlen abzählen und kann die mir auf dem Rep-Experten anzeigen lassen. Und bin natürlich so ganz, ganz schnell anhand eines Filzstiftes aussagekräftig, stimmt meine Zähne-Zahl hier oder bin ich aus der Toleranz raus? Und das würde ich euch gerne mal anhand unseres Rep-Experten zeigen. Kommt mal mit, ich habe meinen Laptop hier mal aufgebaut. Die Startseite kennt ihr mittlerweile. Ich kann hier dann dementsprechend einmal runterscrollen. Dann habe ich hier unten meine ZMS-Werte. Da gehe ich drauf. Da muss ich natürlich einmal wissen, welche Artikelnummer habe ich verbaut. In dem Fall sage ich ganz einfach mal, das ist die für 1504-3110. Ihr kennt das, wir haben das auch mit dem Handy, unsere Handy-App, die kennt ihr auch. Da braucht ihr nur auf den Barcode gehen, auf den Karton. Aber auch so geht es in dem Fall mit dem Rep-Experten. Gehe auf Suchen und habe hier relativ schnell genau die Daten, die ich brauche. Man sagt hier maximale Zähne des Starterkranz, in dem Fall 7. Ich weiß, hat das Ding eine Reibsteuerscheibe, ist da ein Pilotlager drin und so weiter und so fort. Meine Drehmomentwerte, die auch ganz wichtig sind, sind hier hinterlegt und neue Schrauben verwenden. Natürlich, in dem Fall immer. Und gerade beim Zwei-Massen-Schwungrad möchte ich nachher nochmal in einem zweiten Teil darauf zu sprechen kommen. Ihr könnt hier sehen, wir haben hier ein Schnittmodell. Zwei-Massen-Schwungrad mit Fliehkraft-Pendel, hört sich gewaltig an, ist aber in Eutnock. Zeige ich euch im nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wir sagen Dankeschön und bis bald, euer Jens. Zwei-Massen-Schwungrad mit Fliehkraft